Schlaf erst mal ganz los. Einfach schön aus der Schulter raus, Schulter zurück, Kopf nach oben, auch nicht mit viel Schwung. Okay, langsam hoch. Wo wart ihr dann? In Wolkenracht. Ich hab' den Kopf, 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 ich hab' den Kopf. Dann sind wir wieder runter, wir stehen auf die Mammese, wir gehen auf die Schlaf, die sich nicht gut. Ja, komm mal, ey. Einmal wieder ein bisschen hängiger. Und wieder hoch. Und wenn du ruhig bist, du siehst hier ein bisschen mehr ganz. Und du kannst die Schulter schieben. Und auch noch schwer. Jetzt gehen wir den Start so, dass wir den vorne wechseln können. Das heißt, die Hand ist immer entweder oben oder unten. Einmal erstmal oben an, also vorne. Und immer nach außen. Nach vorne. Nach außen. Keine Hand. Taxi. controle. Jetzt gehen wir von außen nach oben, wenn ihr umfasst, wichtig immer, dass ihr oben und ihr habt ihr oben. Gut. Gut. Jetzt halten wir das Ding hier unten. Komm in die Sichtwege, die Schuhe sehr schön zurückziehen. Wir gehen nach vorne. Gehst du nach vorne und unten. Es ist ja kein Ding. Wir machen das Ding zwischen. Wir machen nur das was kannst. Amen. Ein Kriller. Hm? Du fängst die Leiter. Ja, ganz schön. Als ich meine Fortbildung dafür gemacht habe, haben wir das ja den ganzen Tag gemacht. Ich konnte kaum Autos fahren. Für so viele Gerne meine Arten. Haben wir eine Volle noch reingedacht? Nee, einfach voll ein bisschen Wackel. Mach das mal einen ganzen Tag. Und acht Stunden, sechs Stunden wackeln. Weißt du, was du gemacht hast? Hast du ruhig geblieben. Okay, Arme aufschütteln. Du gehst nach vorne. Leicht zurückkreuz. Bauch schön anspannen. Wobei, gerade davor, Schultern zurück. Wir haben richtig, kann man ein bisschen mehr Wackeln. Und dann wieder ein bisschen hin. mit dem Weg weiter. Inhaken. Angeln. Zurück zurück! Immer, einen showing-für bacterien. Das-ışverるぁ, auch je Bill. Inhaken. Dann noch. No, das geht hinten ab. Dawsch auf! Dr. 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 Ajla Appetitrile. Und dann riechst du auch schon ein bisschen deine Arme auf. Wackeln wir mal ein bisschen Pause. Fass du die Beihände links und rechts vom schwarzen Weg. Riechst du die Schulter schön nach unten ziehen. Und versuch jetzt, das Boden aus dem schwarzen Weg zu ziehen. Also Schulter zurück und dann Hände bis unten und außen an der Tür. Spür mal, welchen Wuschel du dabei spürst. Und jetzt schiebst du die wieder zusammen. Spürst du deine andere Wuschel? Schulter bleibt aber trotzdem hinten. Nach außen. Ja, und du merkst schon den Unterschied. Und zusammenschiebst. Und gleiche Mantel vorne. Erst außen mal renn ziehen. Und zusammenschiebst. Rausen mal renn ziehen. Und zusammenschiebst. Und zusammenschiebst. Und zusammenschiebst. Und zusammenschiebst. Und ein nächstes Mal, und ein ganzes Mal, und ein ganzes Mal, und ein ganzes Mal. Und ein ganzes Mal, und ein ganzes Mal, und ein ganzes Mal. Und ein ganzes Mal, und ein ganzes Mal, und ein ganzes Mal. Und ein ganzes Mal, und ein ganzes Mal. Und ein ganzes Mal, und ein ganzes Mal. Jetzt eben nicht. Ja, aber siehst du mal, ich sehe mich ja nicht selber. Ja, du passt ja auch nicht. Das hat mich beruhigt. Das, ähm, wir fordern den Hacker, wo man einen Wichtigkeitstest machen kann. Das geht auch um die Brust, Leute. Aber auch um die Seite. Und wenn man zur Seite. Wichtig ist, habe ich auch sehr nie darauf geachtet, die Bewerklichkeit dieses Muskels, da muss die Seite auch wirklich gerade bleiben. Also, man neigt ja dazu, wenn man in die Seite geht, dass man den Punkt noch ausschiebt. Oder der Punkt bleibt auf der gleichen Position. Und schiebt sich zur Seite. Andere Seite. Und nochmal andere Seite. Jetzt versuchen wir uns mal ein bisschen länger zu machen. Gehen wir wieder. Andere Seite. Ohn. So. Und andere nochmal ausdrücken. Okay, machen das nochmal zurück. Sensit. So. Und angehen wir in die Seite. Und andere Seite. Und andere Seite. Und was lauten wird. AufRE管 junk. Voran wieder gehen. Andere Seite. Kommen wir nochmal nach vorne gehen. Oberkörper nach vorne. Und machen nochmal richtig schön Vollgas. Schön stabilisieren. Und langsam auskriegen lassen.